Get this or die! 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SoulSkinnerTV Und heute rocken wir richtig die Hütte hier bei Wake Island jetzt gerade Wir waren vorhin schon auf dem Surfer Also auf dem Surfer Shaki Halbinsel und haben gut gerockt Das versuchen wir jetzt hier nachzumachen nochmal Mit dabei sind der Mini, der Daniel Der hört uns nicht Und der fröhliche Knautschi, der jetzt gerade noch in einem Telefonat steckt Der aber nachher bestimmt zu uns stoßen wird So, fangen wir mal an hier Was geht? Ja hier fährt schon ein Ambrek zu Alpha Ich fahr hier mit Knautschi rum Gerade im Tank Ich bin hinter Alpha Ich versuche mich halt nicht abzuragen hier Nein, nein Ein wenig gesichtet Ja, ich schieße ja auf den Heli, ich bin doch gar nicht Ja, wir fielen in Alpha Hier ist ein Tank, ich bin dahinter Ja, wir haben genügend Gegner, also da könnte schon was kommen Ja, ich bin hier allein Ja, hinter uns fliegt ein großer Helikopter rum Sehr schön, Daniel Ja, aber da ist, da ist äh Bei C jemand rausgesprungen Er ist definitiv nur da, den hole ich jetzt Da fern Bin ich Sniper? Zu Charlie Oh shit, weil ich Sniper genommen habe, ich Idiot Okay, bei Charlie ist jemand, da ist ja jemand in der Bude drin Einer Ja Und ich weiß nicht genau wo er ist Sag ich gleich, ich hab kein Blatt Der Punkt Ich seh ihn, ich seh ihn nicht Daniel, der Säbeld Wer ist das? Ach, er hat mich Ausgestiegen Toikotze, Alter Toikotzi oder wie er heißt er, ey Nee, das gibt's ja nicht Das klappt Er ist noch nicht Anhalt ausgestiegen und hinten ist ein Jeep Ja, ich wisse, den Jeep habe ich schon einmal gefunden Ich will kein Sniper sein, das möchte ich nicht Ich möchte hier die M416 haben Und ich will bei Knauchi rauskommen Ja, haut Ich komm hier immer zu spät Ne, da ist noch ein Tank bei Alpha Natürlich Was ist hier los? Ich seh hier nix, Alter Hier läuft einfach jetzt gar gar nix Das ist irgendwie total lang Und ich, die Jungs, die sind zu schlecht Na ja, alles Paket, Hut ab, Leis Tank und Fußball Knauchi sieht ein Ja, er macht mich natürlich fadig, ist klar Mich kriegt er mit einem Schuss weg Schön schön Aber ich werd wieder geholt und werd vom Dann haben wir gleich zerstört hier Das ist jetzt noch kein einzigen Richtig hier erwischt Und ich weiß auch nicht Ob ich hier noch einen Hier mal Ich schieß die Leute ab und es bringt einfach nix Das ist eigentlich Ah Bis gestärben, Kollege Das kann gar kein Ding mehr Hautlappen, du Hausfetzen, du hässliche Du 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 Aber ich rage halt nicht rum Nein, ich werd nicht ragen Nein Headshot, Baby Was ist das denn jetzt schon wieder? Tank immer noch bei Alpha Und ins V-Tenny So, wir füllen C und D Dora und Charly Und alles drauf rum Ich und Knauchi fahren nochmal auf Dora hier Dora und da sind auch schon ein paar wunderbare Gegner Ja, natürlich treffe ich ihn nicht Schön schön Muss er nicht sterben Der Tank ist immer noch hier Wo? Ah, jetzt kommt der verschissene Fotzen-Heli runter Und hol dir was Du hässliche Kack-Sprache Bringt nix Ich treffe die Leute an, aber es bringt nix Den hab ich jetzt mal erwischt Auch nicht schlecht Da laufen ein paar Leute hier rum Bei Charly Und denken Sie können einen auf die Schraube Aber ein Das geht's ja nicht Wo kommt denn der schon wieder zu? Ich mach hier mal den Heli Ich mach hier mal den Heli Alter Ich muss auf den schießen Wie ein Mongoloide Und der kippt nicht um So ein hässlicher Pansen Da kommt ein Jet rein Ja, immer noch Personen bei Charly Jede Menge Wer rippt uns da? Oh, Hilly rippt uns da Ja, genau Ja, genau Und Wiener Wollt ihr euch C? Ja, gut C ist Das sind immer noch Leute Ja Ich geh rein, Mini Ich geh mit dir mit Okay Das sind welche drin, pass auf Wahrscheinlich jetzt nicht mehr Ich bin nicht schlecht Buggy Okay Ist noch was? Nee, ist da Nein, alles da Er ist ein Buggy, ja Stimmt schon Durchgefahren Er ist nochmal eine Er ist nochmal eine Hab ich Ist immer noch einer Ach Den seh ich nicht, Mann Den seh ich nicht, Mann Irgendwohin am Kran Der rennt jetzt nach Der Jetzt ist er down Ey, Trotiana Mit der Kut Das ist super nice So wie ich gestürmt bin Steht mich nicht Ah, ja Ich bin down Genau Kapp ihn Kapp ihn Ich glaub jetzt darf C ziemlich safe sein Hoffe ich Ja Wow, wo ist hier ein Tank? Gehen wir mal davon aus, ja Ich latsche hier einfach mal Weil ich da ein Latscho bin Was hab ich hier überhaupt dabei? Ach die Da steht was Da ist was Ah, jetzt kommt der Buggy von Hierher Oh Der sauber Buggy kommt auf Er ist ausgestiegen Radium, 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 radium Ah, wer ist denn das? Die Venom Ah, shit Kann mich jemand von euch zurückholen? Hat hier rausgekommen Mit der Venom zu tun Mir leider nicht Das hat nicht funktioniert, ne? Die Venom hat mich Ich geh mal bei Knautschi raus Boah, wer ist das denn? Hey, der Schwede, der war nicht schlecht Der war gut Die Ungarn suchen Ah, genau Und jetzt überfordert er mich her Zwei Meter daneben Ich will mich forschen Ich treffe ihn nicht, äh Doch, ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn jetzt Es sind mehrere Personen jetzt bei Bravo So ein schmutes Drecks Arschloch Buggy Ach, komm Ich seh ihn noch, ey Shit Bei Bravo sind jetzt mehrere Personen Mindestens zwei bis drei Wo seid ihr, Leute? Wir können gerade im Chatland wegs und kümmern mich um die Luftträger an den hier Ah, ja Wenn er um zu Charlie rein Wir fighten uns mal zu Bravo vor Das reicht bei euch Er fährt so ein scheiß Buggy schon rundherum Der will zu Charlie doch brechen Es gibt's einfach nicht Muss ich ziehen lassen Hinter dir Mini Wer läuft da oben? Echt? Knautsche hinter dir Knautsche hinter dir Knautsche hinter dir Wo ist er denn ausgestiegen? Ich nehm ich Ich seh gar nichts Muss weg sein Aber hinter mir Hört sich aber gut an Hinter uns kommt irgendwo was Ich hab meine Hand gelaufen Der war an der scheiß Palme hängen Wie Banana Joe Ach ja Komplex Wo ich gestorben bin Läuft jetzt einer zu Bravo hinter Ja Schallung Ich such Bravo noch mitzuholen Aber natürlich schaffe ich's nicht Doch Ich schaffe ich nicht Ja in Scheißhaus lauf ich rein Wo noch kein Scheißhaus ist Ist doch schön, Mann Und er holt mich schon wieder Schon wieder mit deinem Handy Hey, das gibt's nicht Wieso? Wieso? Wo läuft er denn? Da läuft ich gar nicht Ah Ach 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 Personal Keiz agric Osor Man Das ist gerade pas mal meine beste Runde Ich bin nicht besonders zufrieden mit der Staffel Thank you Aber was sollsch Doch ich rage nicht Das play das nicht Der Putter ist abgegeben Ab Ich weiß nicht was hier Herr Okay, ich bin auf dem Weg zu Delta, ja, ein Schieb, passt auf, überfährt mich nicht. Tanks von uns, ah, ich bleib hängen. Da kommt Fuß voll, Achtung, unter uns. Oh, fuck, Alter, was war das denn bitte? Hat es schon nie gelegt. Dumme Schwuppe, hä. Ich steck euch von oben mal ab. Ich kann einnehmen ohne Probleme. Ich bleib noch ein bisschen oben, okay. Da ist einer. Hab ich. Sehr schön. Da ist ein Heli abgeschmiert. Da landet einer mit einem Fallschirm. Der Schmierlappen. Ja, er ist auch on the street. Boah, Alter. Einen hab ich. Da läuft noch einer. Sehr schön, Saul. Okay, nee. Sehr gut. Okay, auf zu Emil. Passt aber auf, die wenden jetzt hier, oh ja. Da ist ein Tank, passt auf. Der hat gerade zwei von uns erledigt. Einmal hab ich ihn getroffen. Boah, unter uns. Saul, hinter dir, trete ich mal rum. Einer, da ist noch einer. Einen hab ich. Da ist noch mal einer. Da muss noch mal einer sein. Da muss noch mal einer sein. Da oben Richtung Strand irgendwo. Doch nicht. Fuck, ich hab echt gedacht, das ist einer, aber... Gut, okay. Da oben läuft einer rum. Der denkt, da ist blieb der Kitt. Oh, mehrere Personen. Dank, Dank. Oh ja. Da oben. Und Goosefolk. Goosefolk, ich, äh, ja. Oh Gott, ich hab hier auch einiges zu tun. Ey, ich bin hier wirklich... Ich brauch heute auch dann nachher Munition. Daniel, komm her, ich hab Energie. Ist irgendjemand Munitionsübrik von euch? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, das ist natürlich wieder praktisch, ne? Keiner... Immer schön, immer schön. Immer wieder schön. Na, 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 na. Da ist einer. Einer? Ja, ne, hab ich. Das ist gleich. Noch mal einer. Ach, da noch einer. Schmierlappen hab ich. Danke. Jetzt brauch ich Muni. Ich hab überhaupt gar keine Muni mehr. Ja, ich bin leer wie eine Zucchini. Es ist echt geil, wenn man keine Munition hat. Man fühlt sich viel sicherer. Man fühlt sich ganz sicher. Man fühlt sich einfach geil. Ohne Muni lebt sich doch viel leichter. Wo hast du wohl noch Handwerber aufgenommen? Ja, genau. Olli mit der Neuen. Wuuu. Da lauft. Da ist Arschloch-Volk. Amtrak. Maulwurf-Panzer. Und mindestens 80.000 Mann. Ach, komm jetzt. Wof, ey. Amtrak ist Disabled. Ja gut, okay. Das trinkt mir aber jetzt grad nix. Weil die laufen alle zu Dora auf jeden Fall. Komm, mach ihn weg. Oh, fuck. Er schießt auf mich und kriegt mich. Ach komm, ey. Wie hat denn das gemacht? Einen Schuss. Ach, der Wolf. Ist schon so ein Wolf. Seine Mutter ist ein Wolf. Und die hat auch einen Wolf unten rum. Gnauchi, komm bei dir raus. Pass auf, das sind mehrere Leute, Gnauchi. Ah, der hört mich ja nicht. Was rede ich überhaupt mit Leuten, die mich nicht hören? Hab ich denn jetzt? Oh, Mann. Ah. Oh, Mijo. Lalalalalala. Schau, diesen Tank, der mich die ganze Zeit an mich hören. Ja, bringt eh nix mehr. Die haben eh voll verkackt, die Jungs. Ach, natürlich. Einen Schuss. Boah, Buggy Action. Lutsch mir doch die Eierdörfer. Meine Minen rein. Ich zündest dir nix mehr, du Hautlappen. Teabagging. Wuhu. Ja, Leute, das war's. Wir haben ganz gut gespielt. Und die Mongos ziemlich auf den Sack kaut. Äh. War eine schöne Runde. Wir wünschen euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Sagt alle Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Also Servus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.